oder moment kaffee fußabtreter und jetzt den kaffeebecher auf seinem rücken ist nachgefüllt in die kabine durch den offenen klimaschacht ich versuche mal ob ich wenn ich schneller bin weil ich habe mir ein bisschen zeit gelassen jetzt hier auf die fußmatte ja das könnte man theoretisch eigentlich überspringen das ist richtig vielleicht jetzt noch mal nachfüllen während er hier putzt moment sein kaffee ist alle da werde ich lieber mal was nachfüllen perfekt okay jetzt geht er nämlich seiner spur entlang zurück und hinterlässt aber gleichzeitig wieder eine spur das finde ich gut so kann man das machen so und hier entlang ich könnte schwören dass die tür vorhin woanders hingeführt hat hat der innenarchitekt offenbar mist gebaut ja oder einfach unmöglich geboren endlich ich sag ja ich bin ein jenny ach hier bist du was treibst du denn bloß zeit ziehen du wolltest das überwachungsvideo aus unserer kabine löschen dass dich ohne kostüm zeigt richtig du brauchst mir solche sachen nicht zu verheimlichen egal was du ausgefressen hast wir sind jetzt ein team echt jetzt dann darfst du also auch wissen dass ich meine fußnägel über deine müsli geschnitten habe okay darüber sprechen wir noch lass uns jetzt erstmal schauen wie wir an diese videodaten kommen ja gute idee hier wimmelt es bestimmt nur so von sicherheitssystem war ich das es ist nicht so gut der alarm ist noch nicht ausgelöst worden wahrscheinlich sind wir sicher solange du nicht an den terminals herumspielst und was mache ich jetzt versucht die kameras abzulenken vielleicht kann ich so unbemerkt an ein terminal gelangen das sollte doch kein problem sein die kameras lieben mich ich bin ja auch der photogenere von uns beiden ich glaube ich kann die kameras ablenken offenbar können sie sich nur im 45 grad winkel bewegen wenn du an der wand entlang läuft folgen sie dir ein klacks für mich ich muss zuerst zu dem terminal da links sagt bescheid wenn du den weg freigemacht hast okidoki okidoki jetzt kommt die geile musik nö hier da dort da hin dort hin hier hin da hin da da hinten ok jetzt aber dann laufe ich doch mitten in die kamera ok moment ich gehe mal hier hin ja und da nach oben ok dann haben wir das nö 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 e ok dann haben wir das nö nö zum sonderschön dahin dann muss ich noch diese Kamera hier ablenken perfekt, ok, und jetzt so und dann muss ich nur noch diese Kamera hier ablenken und zwar so Gold jetzt! Perfekt Jo, ok, folgendes folgendes, 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 folgendes die Kamera muss jetzt hier da hier da nö Problem ist, wenn ich jetzt hier entlang gehe ok, gut, die eine Kamera ist mir nicht gefolgt, aber die hier versperrt mir jetzt den Weg was uncool ist ok, egal, ich lenke erstmal die hier ab so, und darüber dann gehe ich hier hoch, dann habe ich die Kamera schon mal weg hier muss sie hin nö ja, ok, du kannst dich immer nur felderweise bewegen, das ist wunderschön äh, hier da da ähm, hier da runter da entlang und hoch und dort ok da muss ich jetzt nur noch die Kamera hier ablenken äh hallo jetzt äh nein falsch jo Gold jetzt Gold jetzt! wunderbar ok jetzt muss sie nach vorne ok das heißt das heißt die Kamera sollte theoretisch eigentlich so bleiben sollen sollte theoretisch eigentlich so bleiben sollen jo genau so ist es ok das ist nö löd jetzt das ist jetzt blöd ähm ok ich warte mal die hier unten können so bleiben nö es muss die hier woanders hinschauen Moment so die muss hier nach unten schauen nö nö ok und die hier muss hier nach unten schauen am besten sogar hier hin jo ok dann müssen wir nur noch die beiden jetzt hier weg ach die hier ist ja auch noch da ist ja auch noch eine upsie upsie nö nö Du 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 du. Okay. Das ist jetzt ein bisschen mistig, ne? Nein, ich habe keinen Zugriff auf mein Inventar. Das heißt, das muss irgendwie gehen. Aber wie genau soll das jetzt gehen? Ich kann die Kamera nur hier hin lenken. Nö. Wenn ich hier hin gehe, kann ich dann da nach oben gehen? Nö. Überhaupt nicht. Aha. Aha. Ähm. Folgendes. Folgendes. Äh. Das ist schon sehr, sehr knifflig, möchte ich sagen. Das dieses eine Feld hier stört. Sonst wäre alles in Ordnung. Aber dieses eine Feld hier stört und da ist die Kamera drauf gerichtet und die Kamera drauf gerichtet. Uh-huh. 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 Okay, und wenn ich versuche einen anderen Weg für Goal freizumachen, aber welcher andere Weg wäre da gerecht, sonst überhaupt keiner, weil wenn ich versuche diese Kamera hier entlang schauen zu lassen, dann kann sie diesen kompletten Balken nicht überqueren, ne? Dann kann sie diesen kompletten Balken nicht überqueren, wenn sie schräg schaut, kann sie hier auch nicht vorbei. Es ist schon sehr... ich kann auch nicht selber an das Terminal. Ich kann auch das Feld nicht verlassen. Ich kann höchstens hier entlang gehen, wo Goal dann wieder eingeschlossen ist. Und wenn ich sie zu einem anderen Terminal bringe... Hier... da... so... die Kamera jetzt hier rüber... nö... Ach, das ist abgedeckt von dieser Kamera hier... nö... ja, halt die Klappe Rufus... ähm... ähm... nö... so schon mal nicht... ach Mist... Nö... nö... ok warte... Nein... welcher Kamera deckt dieses Feld bitte? Ach, die da... es ist die da, die da am Eingang steht... Hier... und das jetzt hier rüber und das jetzt hier rüber... Das funktioniert ja besser als ich dachte... Und es fetzt... Rufus... 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 Ähm... Rufus... Wie jetzt? Rufus... der Weg ist ja noch gar nicht frei... Äh... ach so... warte mal... das hab ich gleich... Müll... So ein Mist... so ein Mist... so ein Mist... verdammt... Ähm... Warte mal... Haben die Lichter auf den Kameras irgendwas zu bedeuten? Ja, ne... es gibt zwei violette... Zwei blaue... Drei blaue... Drei gelbe... Was heißt das jetzt für mich? Nö... Aha... gut... Gut, dass wir uns einig sind, dass das Nö heißt... Nö... Heben die Gleichfarbigen sich vielleicht auf? Nö... Okay, die Gleichfarbigen heben sich nicht auf... Dö... 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 Die Gleichfarbigen heben sich nicht auf... Warum nicht? Ja gut, ich meine auch warum schon, aber trotzdem Hm Wirklich spannend und toll ist das jetzt hier nicht, ne? Und wenn ich jetzt hier nach oben gehe und die jetzt ablenke ist dieses Feld immer noch Nö Okay, er will auch nicht auf das Feld gehen, wo er gerade draufsteht Verstehe ich gar nicht Ähm, diese gelbe hier beobachtet dieses Feld noch Nö Nö, okay Dann beobachtet die das halt nicht Aber sie tut es trotzdem Ähm, folgendes Hier so Da so Okay Und jetzt könnte sie von hier verschwinden Wenn ich noch die Violette wegmachen Würde Und die hier rüberschauen Ließe Ja Aber sie kommt trotzdem nicht an der zweiten Violetten vorbei Kann ich gehen Kann ich einfach gehen Und Goal hier stehen lassen Ich meine, Rufus Das wäre Rufus-Stil Definitiv Äh, ich kann mir auch nicht anzeigen lassen Irgendwas Ich kann mir die Anleitung ansehen Und ich kann sie überspringen Aber ich will, ehrlich gesagt Beides nicht Ich verstehe das Spiel Und ich will es nicht überspringen Okay Ähm Vollgehendes Sagen Sie mal Was machen Sie denn hier Wieso sind die hier alle rot Und diese eine orange Ach, weil da die blaue noch mit drauf leuchtet Aha Okay Rot plus blau ist orange Gut Ich dachte immer rot plus gelb Aber ist auch egal Nö Nö Okay Ist nicht egal Ähm Mist Ich kann auch die Kameras nicht anklicken Nö 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 Aber mich sieht sie ja auch die ganze Zeit Wieso gehe nicht ich zu den Terminals Also die Musik macht schon auch ein bisschen Kaputt im Kopf Und die Kamera lässt sich halt auch nicht hier nach unten drehen Obwohl es 90 Grad wären Die lässt sich nur hier nach oben drehen Alter Wenn Gold auch wenigstens schräg gehen könnte Dann hätte sie eine Chance Dann könnte sie hier 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 Den noch wegdrehen Ich kann tatsächlich auch mein Inventar auch nicht zugreifen Ich kann mir auch nichts ansehen Die Leertaste offenbart mir auch nichts Tipp gefällig Rufus kann die Kameras auch dann noch bewegen Während Gold schon am Laufen ist Ach so Ja sag das doch Alter Okay Ähm Hier Ich kann mich nicht mehr 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 Vielen Dank.